Marco, wieso sollen wir eine Konferenz kommen Ende April? Die Konferenz «Warum Gott?» mit Johannes Wirt ist eine Konferenz, die mitten im Leben steht. Es ist ein Thema, an dem wir Gott begegnen werden. Da bin ich überzeugt, weil es ein Lebensthema ist, aus unserer Lebensrealität heraus. Ein Thema, das jeden angeht oder jeden angeht wird. Und mit dem Johannes Wirt haben wir einen tollen Mann, der sehr viel Erfahrung hat von der Freude, vom Glaubensleben, aber auch von den Schwierigkeiten des Glaubenslebens. Er kann das ganz schön an die Frau und dem Mann bringen, also unbedingt an dieser Konferenz teilnehmen. Und wenn wir gerade bei der Konferenz sind, da kostet ja auch etwas, habe ich gehört. Richtig. Die Konferenz braucht ein Ticket. Einfach gesagt gibt es zwei Gründe für das Ticket. Das erste ist, wir können besser planen, weil es wie viele Leute sind. Und zweitens finanzierst du, wenn du das Ticket kaufst, dein Essen. Es gibt Verträgungen nach den Sessions und zwischen den Sessions, Mittag und Abendessen am Samstag. Genau. Und zum Ehepaar ist es so, wenn du als Ehepaar kommst und beide essen, brauchst du zwei Tickets. Wenn ihr aber euch abwechselt, zum Beispiel der eine bleibt mit dem Kind zu Hause und der andere kommt, dann braucht ihr nur ein Ticket, dann könnt ihr das Ticket weitergeben, wenn nur jemand isst. Und Kinder sind übrigens gratis dabei beim Essen, ab unter 16 Uhr. Und für uns, für die Organisation ist es natürlich extrem erleichternd und hilfreich, mit einem Ticket zu arbeiten. Dann wissen wir ungefähr, wie viele Leute da sind. Dann könnt ihr gutes Essen machen für dich. Und das wird eine ganz coole Sache. Probieren wir es doch einmal. Kaufe ein Ticket. Bis dabei. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal. Juli Euroivi